So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Eine weitere Max Out Monday Folge und momentan ist Kyurem, der Kyriem, in den 5er Raids, wie ihr hier seht. Da sind nämlich noch zwei Raids auf, die ich jetzt aber nicht machen werde, denn vor Kyurem gab es Regiram und Zekrom. Ich habe extra gewartet auf die allerletzte Mittwochs Raid Stunde, um meine restlichen XXL Bonbons zusammen zu bekommen. Oder XL, jetzt weiß ich schon selber nicht mehr, jetzt muss ich mal gucken. Die XL, die XL Bonbons, die waren es genau. Die XL Bonbons auf jeden Fall, die meine ich, was anderes meine ich gar nicht. Denn ich hatte schon, bevor Regiram und Zekrom in die Raids kamen, 100% von beiden, gab es damals ein richtig cooles Video. Erster Regiram Raid gemacht, Lucky Friend gewesen mit einem kleinen Account, im Video direkt dann das erste, was ich gefangen habe, getradet und direkt 100% Glücks Regiram bekommen. Regiram war seitdem auf Level 40, den habe ich direkt im Video dann gemaxed. Da ich ja viel raide, habe ich natürlich immer schön Sonderbonbons auf der Hand, wenn ich sie nicht gerade in Mysteriöse reinpumpe. Und konnte damals diesen hier auf Level 40 ziehen. Hier seht ihr das auch, der ist vom 27.05.2020 100% Glücks, eben durch einen Tausch bekommen. Verbindung ist wieder mal top, muss ich sagen. Da hängt wieder alles hinterher. Der sah also gut aus. Das war der, den wollte ich unbedingt auch auf 50 ziehen. Was ich jetzt auch machen werde, habe 300 XL Bonbons, das ist auch nicht zu viel. 296 braucht man, um zu maxen. Wir werden den jetzt direkt mal maxen auf 4.565 mit 296 XL und kostet nur 125.000 Staub, da es ja ein Lucky Pokémon ist, ein Glücks Pokémon. Das werdet ihr gleich bei Sikrom sehen, dass das ein bisschen anders ist. Der wird auf jeden Fall ein bisschen teurer. Mich wundert eigentlich jetzt, dass die auf 4.565 kommen. Ich dachte eigentlich, dass die ein bisschen höher gehen, weil die ja jetzt so schon auf über 4.1 waren und andere auf Level 40 sind nicht so hoch. Gehen dann auf 4.5 raus und da dachte ich, die gehen auf jeden Fall noch höher. Haben jetzt hier auch natürlich Feuerzahn, Hitzekoller, Drago, Meteor, also ist eigentlich auch ein guter Feuerangreifer. Wir haben auch noch 865 Bonbons übrig. Das ist mein 100% Glücks Regierahmen auf Level 50. Im direkten Vergleich, wenn wir jetzt mal bei Sikrom schauen. So, Sikrom haben wir hier auch, ein 100%iges vom 27.06.2020. Ist auch Best Buddy. Den hochzuziehen, kostet 250.000. Machen wir aber auch, haben 309 XL. Ist also kein Problem. Kostet auch keine normalen Bonbons, nur die XL, da der ja wie gesagt schon auf 40 ist. Kommt also genau auf dieselben WP. Hat im Prinzip dieselben Werte. Das war einfach zu merken, egal wen ihr geradet habt. Ihr musstet immer auf 2307 achten und so und habt das dann mitgenommen. Ladestrahl, Stromstoß, Wutanfall. Stromstoß ist auf jeden Fall eine sehr gute Attacke. Würden wir jetzt zuerst mal drin lassen. Aber es gab natürlich noch mehr zu entdecken. Und zwar möchte ich jetzt nochmal bei Rigi-Rahmen gucken. Wie viele Rigi-Rahmen habe ich jetzt insgesamt gemacht? 117. Das ist nix. 117 Rigi-Rahmen. 113 gefangen. Ein Glücks-Rigi-Rahmen. Wenn ihr bedenkt, bei Mewtwo habe ich 783 oder so gebraucht, bis das 100%ige kam. Bei Darkrai habe ich 663 gebraucht, bis das 100%ige kam. Hier bei 117, das ist nix. Es sind jetzt nur so viele, da ich ja ca. 100 Stück machen muss für die 300XL. Und das Gute ist, während ich den gejagt habe, auf der Suche nach den XL-Bonbons, habe ich sogar ein zweites bekommen. Ein zweites 100%iges, hier auch mit 2307. Können wir auch nochmal bewerten. aus Nefjok, kennt man vielleicht. New York, 100%. Wir haben jetzt nur noch 4XL übrig, aber den werden wir auch definitiv auf Level 40 ziehen. Das ist heute eine schöne Push-Folge, kommt auf 4038. Mach mal, wenn ich noch Bonbons übrig habe, mach mal dann auch noch einen. Wir haben noch 617 übrig. Feuerrude im Hitzekoller. Lass mal erstmal so, wie es ist. Shinies waren natürlich auch ein paar dabei. Hier seht ihr das schlechteste Shiny. 22,58. Ist das? Ne. Das war das schlechteste, aber der ist theoretisch viel zu gut. Wenn, müsst ihr natürlich sammeln, wenn ihr ein 10-10-10er habt. Das wäre richtig genial. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 4 Shinies, 5 Shinies, 5 Shiny Regierahmen bei 117 Encountern. Und ihr müsst euch vorstellen, bei diesen 117 Encountern sind ja auch die dabei vom allerersten Mal, wo es in die Raids kam, wo es noch gar nicht Shiny sein konnte. Also es sind ja eigentlich bedeutend weniger. Wenn ich damals immer den täglichen Pass gemacht habe, könnte man sagen, das sind jetzt ca. 100 Stück. Aus 100 Regierahmen 200% bekommen und 5 Shinies. Das passt auch gut zur 1 zu 20er Shiny-Rate, die es so gibt. Jetzt haben wir den als 100%igen. Den haben wir auch. Hier sind lauter mit Wetterboost. Die habe ich mir mal so aufgehoben. Vielleicht mal zum Tauschen oder irgendwas. IV checken wir kurz mal ab. Der müsste der beste sein von allen. Die anderen sind jetzt nicht so. Ich lasse die mit Wetterboost eigentlich drin. Zum Tauschen würde jetzt aber hiervon, wir checken mal den schlechtesten mit Wetterboost noch ab. Der hat auch noch zu viel, ist auch kein 10-10er. Ich würde jetzt hiervon gucken. 22,99. Ist ein Shiny. Müsste auch gut sein. Wenn ich hier noch ein bisschen was habe. Ein 98er. Hat zwar keinen 15-Angriff, aber ich glaube, ein Shiny 98er können wir so aus Spaß trotzdem auch mal mit hochpushen. Auch auf Level 40. Ungefähr so. Seht man auch den Unterschied. Der kommt nach 4024. Und schreit natürlich rum. Dann machen wir auch mal hier das dran. Wie viel haben wir jetzt übrig? Das ist der. Das ist der. Wir haben jetzt noch 369 Bonbons. Wir können also theoretisch noch einen maxen. Wenn wir jetzt das hochziehen, seht ihr ja immer, wie weit das geht. So. 248 braucht ihr. Aber ich glaube, drei Stück von dem reichen erst mal. Das müsste, glaube ich, ein 96er sein, aber mit 15 Angriff. Vom Gefühl her pushe ich dann lieber einen 96er mit 15 Angriff, als ein 98er mit 14 Angriff. Wie macht ihr das? Sagt ihr, egal, die höchsten IV werden gepusht. Oder guckt ihr wirklich immer auf den Angriffswert? Und würdet lieber einen 96er mit 15 Angriff pushen, als einen 98er mit 14. Ich habe jetzt auf jeden Fall drei hier hochgezogen. 2 auf 40 und 1 auf 50. Das passt so. Und das gleiche machen wir alles nochmal bei Sacrum. Gehen also hier drauf. Wir gucken ganz kurz wieder durch, wie viele Shinies haben wir eigentlich bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Shiny Sacrum bei 143 Encountern. Wir haben davon also mehr gemacht. War ja natürlich klar, wenn ich damals Rishiram Raid gemacht habe und habe im ersten durch den Tausch direkt das 100er bekommen und habe das direkt auf Level 40 gezogen, habe ich ja dann nicht jeden Tag nochmal 50 Raids gemacht. Es war ja schon das 100er da und es war auch schon komplett gemaxed. Damals gab es nur Level 40. Secrum war eben nicht so. Secrum habe ich geradet, geradet, geradet. Irgendwann kam dann das 100er, sagen wir mal so nach dem 40. Rate, was auch sehr gut ist. Und habe jetzt auch nochmal 100 gemacht, weil es ab jetzt XL gab, um das auch hochzuziehen. Haben wir jetzt also gemacht. Wir haben es jetzt hochgezogen. Hier können wir mal gucken, was das beste Shiny ist, ob sich das lohnt. Und das ist ein, Moment, 690er, aber nee, lieber nicht. Dann das nächste, was irgendwann auch nachhängend hier vielleicht reinkommt. Oh mein Gott. Ist auch ein 690er, aber mit noch komischeren Werten. Also es ist echt genial, oder? Ich glaube, gerade für solche Folgen sollte ich es nicht über das WLAN laufen lassen, den Bildschirm, sondern doch vielleicht über das USB-Kabel, solange wir die Ladung ja ausreichen. Jetzt haben wir die Besten mit Weatherboost abgecheckt. Wir checken mal das Allerschlechteste aus. Das dürfte nämlich der Checkpoint sein. Das ist ein 10-10-10er. Sammelt ihr sowas? Das sind 67%. Sammelt ihr sowas? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es mal rein. Und jetzt werden wir hier noch gucken. Wir haben nämlich hier noch diesen. Das ist ein 98er. Da macht man nichts falsch mit 15, 15, 14. Den können wir auf jeden Fall jetzt einfach so hochziehen auf 4.029. Und werden da wahrscheinlich auch noch einen dritten mitmachen. Haben wir noch 713 Bonbons. Der nächste, der hier steht, ist Ramses Army. Hier gucken wir uns mal an. Das ist ein 96er mit 15, 15. Also der wird natürlich auch hochgemaxt. Ist jetzt wieder relativ günstig. So, auf 4.020 mit 112.000 Staub gerade mal. Da haben wir drei gute Elektroangreifer. Drei gute Feuerangreifer. Von wem war der überhaupt? Vom Ruppersch. Grüße nach Meiningen. Grüße an den Ruppersch. Durchtauscher halten. Richtig genial. Ja, und im Prinzip haben wir ja jetzt dasselbe hier nochmal. Ihr seht, wir haben jetzt... Ne, haben wir nicht. Doch, hier. Das müsste im Prinzip genau dasselbe sein. Nur halt ohne Glücks. Ne, da hat die Verteilung wieder anders. Der hat es in der Mitte. Strauf Hein. Könnte man noch hochziehen. Braucht man nicht hochziehen. Da schwächelt es schon. Rest lässt man so. Also, ich denke, damit sich das besser ausgleicht, machen wir drei Rishiram, machen wir drei Sekrom. Das dürfte also dann reichen. So sieht das Ganze dann also nochmal aus hier oben jetzt. 4.565, 4.029 und 4.020. Drei gute jetzt für die Army und auch drei gute auf der Rishiram-Seite. So, war theoretisch relativ günstig. Ist jetzt so, wie ich es im Prinzip immer mache. Wenn ein Raid-Boss das allererste Mal da ist und es gibt ihn noch nicht als Shiny, mache ich nur den normalen Raid-Pass täglich weg. Sobald er als Shiny da ist, kann man auf 100er Suche gehen und gleichzeitig das Shiny handeln. Glück, was ich ganz kurz auch noch zeigen kann, hatte ich beim Sackjahn. Den gibt es ja auch noch nicht als Shiny. Ich habe auch nur den täglichen Raid-Pass gemacht, habe trotzdem hier ein 100-prozentiges bekommen. Hier vor Ort gefangen, ist auch Best Buddy und der hat auch gerade mal, guckt euch das an, 38. Jetzt beträgt das Bild wieder nicht. Oh, das ist so in die Hölle. Gesehen, 38, gefangen, 38, Glücks, 1. Also, das ist auch nett. Das heißt, wenn der mal zurückkommt, mache ich dann definitiv auch 100 Raids. Für die XL, obwohl ich jetzt schon 135 habe. Das heißt, der war da, als es schon Level 50 gab. Das heißt, man spart nochmal und muss jetzt nur noch, also ein Drittel ist gemacht. Wir machen noch so 60 Raids vielleicht. Und dann ist der vielleicht auch auf 100% Level 50. Der kommt aber, der kommt auch auf 4300. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied, obwohl das jetzt die schwächere Version ist. Na, egal. Das war auf jeden Fall jetzt erstmal meine Ausbeute, erstmal mein Push-Video zum Montag. 100% Rigi-Ram, 100% Sekrom. Beide auf Level 50. Das war mein Ziel. Wieder mal erreicht. Und das nächste Ziel, weil Kyurem jetzt da ist und Kyurem ich auch ein 100-prozentiges habe. Werden wir natürlich Kyurem auch auf Level 50 ziehen. Dafür fehlen mir auch noch ein paar Bonbons. Hier Badilb. Der war, glaube ich, aus einem Raid mit Badilb. Badilb aus der Ferne gefangen in Hildburghausen. Badilb hatte damals eingeladen. Ich habe angenommen. Ich hatte das 100er. Sieht also gut aus, ja. Bin ich noch am Sammeln. Das kriegt ihr noch zwei Raid-Stunden. Das wird also zweimal am Mittwoch noch geradet. Ansonsten habe ich ein bisschen Zeit. Kommt nur auf 4000. Aber da gibt es ja noch das Schwarze und das Weiße dann irgendwann. Ich habe aber Bock. Ich habe Bock. Ich habe Ziele. Und die Ziele verfolge ich. Und bis jetzt erreiche ich die Ziele eigentlich immer. Auch bei Darkrai, bei Mewtwo, Lugia, alles andere. Auch wenn das ein bisschen dauert. Und was so aus Spaß zwischendurch mal reinkommen. Wie das 100% Regirock letztens. Warum nicht? Das heißt, sobald das da ist, werde ich dafür auch XL sammeln. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Was ist euer bestes Regirahm? Euer bestes Sekrom? Was ihr bekommen habt? Und wie viele Raids habt ihr ungefähr gemacht bei beiden? Steht ja alles da. Tschüss.